So, wo kommt das hin? Wo kommt die Ölraffinerie hin? Ja, jetzt tun wir einfach den Öltank. Du musst... Egal, du musst jetzt einfach da hin. So. Das kommt. Also, jetzt tun wir es hier hin. Hier hin. Frequenz. Nein, nicht Abbahn. So. Eins. Wo ist Föschung? Wir haben hier hin. Waterproof, Dink's pipe. Connector, pipes. Eins. Nämmer muss das auf eins hin. Was ist denn wirklich auf eins geschehen? Frequenz eins. Ja. Das muss es nochmal connected sein. Mit eins. Eins. So, ich starten. Also, es steht noch gar nicht connected. Ihr was? Ich hab Frequenz eins. Du hast eins und man muss es anzustellen. Meint, die holt die anderen und schauen, ob es funktioniert. Was, ob da irgendein Bug ist. Warum auch immer. Ich tauch hier runter. Nein, das ist mir zu gefährlich. So, hier und hier und hin hin. Eins, zwei. Frequenz eins und drei. Doch, normal sind sie connected. Also, es steht zumindest so. Was? Also, bei den normalen. Oder ich komme einfach zu dir. Mal rüber schauen, wo das ist. Plus, plus 190, minus 4, äh, 45. Okay. Das ist mir einfach in die Richtung. 190, ah ja ja, da kann man laufen. Oh, das ist Road. Nein, nein, nein. Na. 190. Oh, die Richtung. Ja. Bin ich da richtig? Wo bist du jetzt hin? Da. Hier hinten, irgendwo da. Da. Ah, da. Ich finde sie schon wieder nicht. Ich gebe sie nicht. 190. Ja, 100, ich laufe jetzt 190. Na, andere Richtung. Rechts. Richtung Strand. Mhm. Ich höre ein Schaf. Aber ein Schwein begegnet mir. Oh. Warum ist das? Ich versteh das nicht. Ich stöß einfach nochmal hin. Warum? Der andere hat ja auch connected. Ok schau mal einfach die eine mal ein. Dann gucken wir mal. Es ist rot. Ist irgendwas offen? Internet Explorer werfen. Nein, es ist ein Marzellon. Es kommt nichts auf. Warum ist das in Waterproof? Verdammt! Warum zeigt das nichts an? Nein! Nein! Es ist so. Und der ist anders. So, und immer nur dann. Es gibt nur dann Energie aus dem Rest geht es. Wenn man allerdings vorne ist. Es sind später, gehen Sie noch schneller. Aber für das reicht es völlig aus. Und kommt etwas an oder nicht? Ja, es kommt etwas an. Okay, passt. Gut. Also es ist so ein Bug. Schön. Passt. Das Bein wird dann auch hoch. Wupp. Das ist ein richtiger Ölsee da unten. Mhm. So. Okay. Ja, passt. Jetzt haben wir das da. Jetzt können wir eigentlich als nächstes Kleider die Raffinerie hinbauen. Die Raffinerie. Raff. Na, Raffinerie. Nicht Raffinerie. Raff. Raff. Raffinerie. Wird gebaut aus einem Diamanten. Hier. Drei von den Dingern. Das ist so. Raffinerie. Raffinerie. Diamanten. Gier. Vier Diamanten benötigen wir. Und das reimt sich auf dir. Aber Diamanten. 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 Wir schaffen hier vier Diamanten. Das ist möglich. Es ist schaffbar. Wingo. Und vier Diamanten. Wo ist der? Wo ist der hin? Äh, mit Diamanten gibt's keine Scherze. Wo ist der Diamant hin? Verdammt nochmal. Wo ist der Diamant hin? Ist der jetzt verschwunden? Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich hoffe mal, er ist nicht verschwunden. So, jetzt haben wir das Problem. Wir brauchen trotzdem noch 8 Eisen. Ah. Gold. Nein, nicht 8. 4. 4. Gold. 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 3. Bisschen brauchen wir noch. Was muss ich da nicht? Was ist da? Wow. Dann ist der ganze Vorrat auch schon wieder weg. Es gibt's ja nicht. Jetzt haben wir's. Diamant wieder rein. Das wieder hier hin. Eisen haben wir noch. Passt. Schön. Zack, Zack, Zack. Boom. Nummer 1. Dings haben wir nicht mehr. Nein, auch hier nicht. Und hier ist es auch nicht wirklich zu finden. Doch. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 Boom. Und Eisen. Nein, ein Glas ist Eisen. Und Gold. Und Diamanten. Jetzt haben wir das da. Jetzt brauchen wir ein bisschen Golders. 1, 2, 3, 4. Das kann es ja nicht sein. Ein Glas zu wenig. Es geht irgendwie langsam jetzt so. Na, ist irgendwie so. Ja, ist nicht. Liegt es an meinem Computer? Weil irgendwie keine Ahnung warum irgendwie jetzt. Naja. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Das brauchen wir noch. Das heißt. Das heißt. Haben wir 2 gebraucht? Ich weiß nicht. So, genau weiß ich das leider auch nicht mehr. Bin ja nicht allwissend. Ich weiß nur vieles. Zack, Zack, Zack. Nein. Schade. So. Okay. Fast. Eine Raffinerie. Yeah. Schönes Teil. Und was die kann. Das war eigentlich gleich. Gleich nachdem ich. Bisschen Rubber haben wir noch. Hier haben wir das da. Das ist gut. Kann ich so machen. Zack. Zehn Stück. Weg, 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 weg. Weh, du springst irgendwas um in die Luft. Oder lass es springen. Oh. Ja. Uh. Kripper. Wie ist der Kripp oder einer? Ach du Scheiße. Ihr, ihr. Böse. Kripper. Oh. Vernichte ihn. Hallo. Go, go. Yeah. Gekreuer genau. Marmel. Marmel. Ich hab' nur vergessen. Ich komm schon her. Wo ist das Wort? Der erste Hintens Bomberatier. Betriebe. Also ausgerechnet. Marmel. So wir wollen wir jetzt einfach. Dann sind wir. Er ist gewesen. Das ist um. den Boden aufschlitzen ich bin Mühlen und weil wir noch bis jetzt wenig von dem Zeugsamt das da und er glaubt Schöne werden das ist unverschämt ja eigentlich ist es ja nett kommen sie ja rein sie klopfen wir mindestens an das Monke gehen einfach durch Prozent da ist ein Tourist der will sehen was wir machen ein Tourist er hat ein grüner Tourist er ein Terrorist als der als Tourist schätze ich mal wer will mein Fleisch er will er kommt sicherlich aus freundlichen gleich zufrieden vollen absicht hallo ich habe Knochen kann ich habe ein Knochen im Knochen die Knochen sucht den Knochen wenn er es nur noch dass der Knochen es ist ein Knochen Köln L und A das ist jetzt hier angeboten Elton Reader EU Raider EU Raider EU Raider Feind ein das hier das hier und da ist er in der Mann im Haus im Haus umtrennen nachbauen zu unten da und der Kensteller aber erst zu groß da Tja groß zu sein hat nicht immer Vorteile ja 3 4 nein 5 6 1 2 3 3 und ist verkehrt herum um jetzt da 1 2 1 2 1 2 ah hier ist eine passt gut dann kommen wir hier und da da und dort hier und ja man merkt schon das ist ziemlich aufwendig so einigen zu machen ist verdammt aufwendig deswegen habe ich meistens dann schon für das eigene Fertigungsstrecken gemacht was man dann einfach zu blöde oder man macht einfach mehr als anders ist meistens auch um einfacher viel einfacher so hier ja das brauche ich dann doch wieder noch einen neuen hier so so kommt hier ein der 1 jetzt ich bin da also wir brauchen dringend ist ein Verteidigungsnetz beziehungsweise ein Dach und eine bessere Beleuchtung so das kommt hier raus dann haben wir hier die mitgenommen das kann man hier hinten hin nein das ist nicht richtig am anderen und anderen das ist jetzt ein bisschen doof Prozent ja okay dann machen wir so oh dunkler Kaffee dunkler Kaffee dunkler Kaffee schwarzer Kaffee kann man machen echt und dann Kortner so das füllt sich jetzt sehr ganz schnell auf ne ganz schnell es relativ es fließt also dahin Kaffee Bruder dann wird es hier wenn wir etwas los machen das bitte gar nicht mit dem Männer in Dings betrieben finden wir gerade ein stopp okay irgendwo kriegt man Kappbebomben her ja das kriegt man Kaffee Bruder Kaffee Bruder und wie ja auch drei Punkt Dings drei Punkt eins eins drei eins was wir noch nicht haben sind sie schon in den Bäumen uuuh normal sollten es jetzt glaube ich auch schon in den Bäumen glaube ich weiß nicht mehr dieses Ding wird normalerweise so nicht ganz so funktionieren nein das funktioniert nämlich mit funktioniert mit Engines Engines das tolle Teil Untertitelung des ZDF, 2020